Am Sonntag mit Jimmy, am Montag mit Jack, am Dienstag, da gehst du mit Charlie weg, so gibt's jede Nacht, so gibt's jede Nacht, das hätte ich nie, 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 nie gedacht. 1956 fand der erste Grand Prix statt. Der Sieger war Walter Andreas Schwarz. ... zum großen Glück, da warten viele, viele Leute, die warten seit gestern auf das Glück von morgen und leben mit Wünschen von übermorgen und vergessen, es ist ja noch heute die armen, armen Leute. 1957 und 58, Margot Hilscher. Telefon, 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 wenn dein Rufer klingt, frag ich mich beim ersten Ton, was er Neues bringt. Für zwei Groschen Musik, für zwei Groschen Musik und für so wenig Geld gehört euch eine Welt. 1951 sagen Alice und Ellen Kessler. ... 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